Wir haben in dieser Woche das erste Sondierungsgespräch mit der SPD und es werden nach diesem Gespräch weitere Gespräche verfolgen. Ich wünsche mir, dass wir zügig arbeiten, dass wir gut vorankommen und nicht die Gespräche bis weit in das nächste Jahr hinein ziehen. Wir werden mit der SPD verhandeln mit dem Ziel, eine Regierung zu bilden, eine stabile Regierung zu bilden. Wir wollen mit der SPD diesem Land eine gute Regierung stellen und das werden wir sehr engagiert, seriös werden wir das tun. Und ich hoffe, dass wir doch schneller vorankommen können, als es jetzt in manchen Äußerungen gesagt wird. Musik 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 Musik